hallo draußen und herzlich willkommen zu part 2 unseres videos über variablen aus dem orange and black java crashkurs in dem wir uns noch zwei weitere variablen typen angucken werden es gibt den sogenannten char oder auf englisch zeichen und so habe ich diese variabel jetzt auch benannt und ich glaube jetzt ist keine große überraschung mehr dass wir in dem char ein zeichen speichern können in diesem fall ein f und was wir hier machen müssen ist dieses f in diese hochkommata hier schreiben das heißt diese gehören nicht zu dem zeichen dazu sie werden nicht zusätzlich in der variabel gespeichert es wird nur das f gespeichert das ist aber natürlich wichtig dass wir diese hochkommata schreiben damit java genau weiß okay ich möchte dieses f hier in diesem char speichern und nichts anderes nur das was in den hochkommata hier drin steht und hier kommt wieder das semikolon um die anweisung zu beenden was können wir alles in einem char speichern dann kommt eben ein zeichen das könnte ein buchstabe sein das könnte auch eine zahl sein oder es könnte auch ein sonderzeichen sein also ich könnte hier jetzt auch eine 4 reinschreiben oder ein ausrufezeichen wir haben uns hier jetzt als beispiel für das f entschieden bisher haben wir natürlich noch überhaupt nicht den nutzen von variablen gesehen wir sehen nur wir können irgendetwas speichern was können wir damit machen und als einfachstes können wir doch einfach mal den inhalt der variabel ausgeben gucken wir uns an wie das funktioniert dafür gibt es hier diese anweisung die anweisung an sich ist das system punkt 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 print und dann l n das l n steht für eine line also print line drucke diese zeile und jetzt was gedruckt werden soll in diesem fall zeichen man muss hier beachten man könnte jetzt natürlich meinen dass er jetzt gleich ausgeben wird zeichen das ist nicht der fall er wird ausgeben f denn das hier ist ja nur unsere variable der name für unsere variable und was ausgegeben wird ist der inhalt der variable also das f also im grunde genommen wird die kiste hier geöffnet und das f verwendet um ausgegeben zu werden wenn man jetzt natürlich nur diese variablen als statisch ansieht scheint das noch nicht viel sinn zu machen aber später können sich die werte der variablen natürlich ändern und dann kommt es eben ganz stark darauf an was jetzt ausgegeben wird im moment ist es einfach das elf und das habe ich vorgegeben und wie langweilig ist es dass ich es ausgebe aber wie gesagt später wird es sehr wichtig sein was in den variablen drin steht da sie davon abhängen was das programm gemacht wird unsere eingabe sogar abhängen und dann interessiert es uns sehr so eine variable auch ausgeben zu können etwas worauf man noch hinweisen muss dieser befehl hier der die ausgabe ist der ist in java etwas kompliziert und etwas lang gehalten aber nicht alle befehle ganz im gegenteil sind so ewig lang gucken wir uns also gleich einfach mal an ob das funktioniert dann sehen wir auch was eclipse uns so noch ein bisschen zu bieten hat hier oben haben wir diesen play button wenn wir da draufklicken dann wird das programm ausgeführt er sagt jetzt hier noch okay du hast hier was verändert ja wir haben offensichtlich was reingeschrieben möchtest du das speichern und ich sage natürlich ja und wenn ich das tue dann wird das programm ausgeführt und was für eine überraschung hier hat sich jetzt die sogenannte konsole geöffnet ganz hier unten und wir sehen die einzige ausgabe die gemacht wurde ist das f das ist dieses f hier jetzt schließe ich die konsole und wir gucken uns mal ein bisschen mehr an es gibt nämlich noch einen variablen typ den wir hier ansprechen wollen und das ist der sogenannte boolean wir stellen einen boolean der typ ist boolean das ist unser 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 kisten typ und ich habe sie hier die variable war oder falsch genannt und genau das kann man auch in dieser variable speichern true englisch für war oder false englisch für nicht war also was ist der wertebereich wir können entweder true oder false in diesem boolean speichern wenn wir also später mal das programm irgendetwas machen lassen wollen wo ein ja oder nein rauskommt dann werden wir offensichtlich einen boolean brauchen um dies zu speichern und dann später auch auszugeben und wenn es jetzt noch etwas interessantes sein was wir jetzt immer gemacht haben ist wir haben einen typ der variable festgelegt wir haben einen namen für die variable festgelegt wir haben gleich geschrieben und dann haben wir hier hingeschrieben was da drin sein soll oder zum beispiel die 42 in den integer diesen prozess kann man auch trennen schreiben wir also einfach mal wir wollen einen char haben wir wollen also ein zeichen speichern jetzt könnte ich diese variable nicht zeichen nennen denn das habe ich ja schon mal gemacht wenn ich das jetzt probiere ein semikolon der hintersetzung die um die anweisung zu beenden sagt mir eclipse hier hey du hast einen fehler gemacht das sehen wir hier an dieser kleinen lampe dieser glühbirne mit dem roten x dran da klicke ich jetzt mal drauf und er sagte mir hier soll es doch bitte rename zeichen warum wobei ich das schon habe ich soll es also umbenennen ich soll zeichen umbenennen du hast schon mal etwas zeichen genannt du kannst nicht noch einmal eine variable zeichen nennen gut da ich hier sonderlich wirklich sehr kreativ benenne ich es jetzt einfach zeichen 2 und wir sehen ich habe jetzt noch keinen wert in diese variable geschrieben ich habe sie einfach einfach leer gelassen das ist es jetzt im grunde auch wir haben eine leere kiste natürlich mit label das label gehört immer drauf der name was ich jetzt machen kann ich kann diesen wert jetzt einzeln festlegen ich schreibe also zeichen 2 das ist die variable die ich füllen möchte die kiste die ich füllen möchte und sage ich gleich und dann mache ich wieder meine hochkommas hier weil wir einen character ein zeichen hier reingeben wollen dafür müssen wir immer die hochkommas da rum machen und ich möchte jetzt das u drin speichern und dann die anweisung mit dem semikolon beenden denn jetzt habe ich zwei oder eine große anweisung wie ich die ich immer hier hatte habe ich jetzt getrennt in zwei einmal die variable anlegen sie deklarieren und sie dann hier initialisieren was wir jetzt also auch noch mal schnell machen können ist uns diese variable ausgeben dafür kopiere ich hier oben einfach die anweisung etwas auszugeben sage steuerung v ich möchte jetzt ja nicht mehr zeichen ausgeben nicht mehr die variable zeichen dann würde ich einfach noch ein zweites f bekommen sondern ich möchte die variable zeichen 2 ausgeben dafür mache ich jetzt also noch eine 2 an das zeichen wie wir hier sehen ist der befehl ja print line also drucke eine zeile aus das heißt wir werden eine zeile bekommen in der ein f steht und wir werden dann darunter eine zeile bekommen in der ein u steht und wollen wir doch mal sehen ob ich euch nicht angelogen habe sagen wieder ok und wir bekommen tatsächlich eine zeile mit einem f und eine zeile mit einem u erst den inhalt von zeichen dieser variable und dann den inhalt von zeichen 2 dieser variable können wir denn auch wenn ich hier die konsole wieder schließe den inhalt von zeichen 2 nachdem wir jetzt einmal festgelegt haben noch einmal ändern und die antwort ist was für eine überraschung natürlich denn es sind ja variablen die variabel sind veränderbar und das mache ich praktischerweise ganz genau so wie ich den ersten wert festgelegt habe ich schreibe zeichen 2 ist gleich und dann in hochkommas was es eben sein soll zum beispiel ein n und dann mache ich natürlich das mit kolon hin was jetzt passiert ist hier wird erst zeichen 2 der inhalt auf u gesetzt dann wird er ausgegeben wir schreiben also ein u das wird ausgegeben und danach ändern wir den inhalt auf n wenn ich jetzt also zeichen 2 noch einmal ausgebe indem ich diese anweisung hier kopiere und dann direkt einfach nochmal drunter schreibe wird jetzt nicht mehr u ausgegeben denn wir haben in dieser zeile den inhalt von zeichen 2 geändert von u auf n was wir also am ende ausgeben werden ist erst das f durch diese zeile da wird zeichen ausgegeben und zeichen hat den inhalt f und danach hier unten das ist die nächste ausgabe wird zeichen 2 ausgegeben zu welchem zeitpunkt zeichen 2 den inhalt u hat dann wird zeichen 2 auf n geändert dann kann in dieser zeile hier n ausgegeben werden das zeichen 2 ja im moment den inhalt n hat das heißt wir werden drei zeilen bekommen eine mit f eine mit u und eine mit n wir können nicht nur chars ausdrucken übrigens sondern wir können auch zum beispiel unseren integer ausdrucken den hier oben den wir zahl genannt haben und was für eine überraschung wir schreiben dafür einfach zahl und dann wird er uns in diesem fall die 42 ausspucken gucken wir uns an ob das tatsächlich funktioniert hat führen wir dafür das programm noch einmal aus und wir sehen er gibt uns hier fun und dann die 42 aus es hat also alles wunderbar geklappt ganz nebenbei ich könnte hier natürlich auch statt der variabel anzugeben auch einfach 42 schreiben bevor ich hier 42 hingeschrieben habe stand hier zahl und diese wurde ja eigentlich nur ersetzt durch die 42 zum zeitpunkt zu dem diese zahl hier aufgerufen wird ich kann also in diesem fall auch einfach direkt 42 hinschreiben und dann wird sich an der ausgabe nichts ändern wir sehen ja immer noch fun und dann 42 ich hoffe dass ihr jetzt das grundprinzip von variablen verstanden habt aber es wird sich auch noch oft damit beschäftigt in nächster zeit wenn euch das video gefallen hat dann abonniert uns doch und bis zum nächsten mal von orange on black und bis zum nächsten mal von orange on black und bis zum nächsten mal von orange on black und bis zum nächsten mal von orange on black und bis zum nächsten mal von orange on black und bis zum nächsten mal von orange on black und bis zum nächsten mal von orange on black und bis zum nächsten mal von orange on black